einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu saints row 4 mit dem schicke beugen hallo du hast immer noch viel zu tiefen ausschnitt nein das ist genau richtig und die eine mission glaube ich ja wir starten im koop betrug heißt die und das muss man machen betrügen puppenflug wirft sich selbst vor autos objekt die regeln der regeln cool okay achtung ist das cool ich glaube vor rennen darfst du nicht was auch wir müssen uns vor autos da hast du nicht hallo okay jetzt verstehe ich das ach so ich sehe es gerade gut wartung ja so jetzt verstehe ich das anlauf holen und ich habe 3000 gemacht krasser scheiß oder linke maustaste geht auch hier tausend warte ich bin bei 13.000 8000 16 wir können das unendlich weiterführen ja 22.000 ja 19 es hört gleich auf hat sich hier sind keine ist hier ist noch ein auto und 30.000 100.000 echt 132.000 du musst dich vor auto schmeißen und so ich rolle hier gerade nur 88.000 219 253 boah ist das geil hammer oh jetzt bin ich gegen die wand geknallt gegen eine mülltonne bronze ich habe bronze weitermachen weitermachen hammer das ist wie bei wenn du das mal gespielt hast burnout das spiel burnout rennspiel crash mäßig naja jedenfalls wer es kennt das hat was ein bisschen was von burnout versucht mal ob ich zum firefox komme irgendwie dahinten dieser ich weiß nicht was er tut aber ich versuche wir sind jetzt schon bei über 100.000 bei 155.000 ist das geil was für ein verrücktes spiel aber die ersten beiden teile gibt es nicht für pc richtig doch ach so die gibt es auch alle ersten nicht es gibt den zweiten teil der ist spielbar okay aber der dritte ist auch da der ist so spielbar also im korb ja so wie jetzt hier der ja auch und ja aber der dritte ist auch okay oder der dritte ist auch okay so jetzt haben wir silber holen wir uns doch noch mal eben gold oder so wie so brauchen wir noch nicht mehr viel ja ja nicht mehr viel wir haben dass der 26 sekunden ach so ja das schaffen war ich schaffe es hier nicht irgendwie kein problem kein problem schick ich versuche es zumindest oder auch nicht schade der job der noch läuft der zählt danach ja dann du musst es jetzt retten hier ich hoffe mal ich drehe noch meine runden ja weil wir brauchen noch 95.000 ungefähr 85 scheiße kann ich noch ein bisschen was weiter es geht noch weiter bei mir und mir auch ich habe schild getroffen das würde ich hier haben wir haben gold wir haben gold getrug geschafft ja wir haben hammer das geld 5250 und fünf prozent bonus erstmal umgekippt ja das war lustig ich habe jetzt noch das mit den panzern glaube ich ja wo bist du da ja so warte mal ich aktiviere die mal ok lerne wie man lerne die regeln die anpassung panzer für dich so aktiv alles klar und ist gar nicht mal so weit weg ich bin da ok es reicht wenn einer von uns dann immer springt wo wir machen kaputt machen ok muss zerstören muss zerstören muss vernichten so gerade auf mich geschossen da gibt es so ziele put your hands up in the air put your hands up in the air irgendwo helikopter kann ich mich hier heilen sind gegnerischer panzer oder bist du das ich bin ich bin oder ist ein helikopter hinter mir da kannst du echt alles kaputt machen du musst die dings ein abschließen da ist noch ein dreieck da muss noch hin das versteht wo ist denn der heli verdammt noch mal die steuerung ist ja hier unterirdisch ich glaube wir haben gleich silber wir müssen die da drüben noch was das soll hubschrauber irgendwo ja aber wo ich kann nicht so hoch mit der jetzt habe ich ihn ja und das noch was hat denn wohl wo ist der andere heli egal ok also damit können wir uns immer zwischendurch kohle machen ja aber ein bisschen weiter entfernt ok also wenn wir kohle brauchen können wir das währenddessen machen alien schwebepanzer steht jetzt sogar zur verfügung aha super so wie sieht es denn aus kleinen moment mal kräfte neue upgrades kann ich nicht okay ich mir fehlt mir fehlen und hier auch die chance aber ich würde gerne hier dieses dings upgraden wo ist es denn was willst du upgraden den sprung würde ich gerne upgraden die höhe wenn du die hast wir brauchen dann noch ein paar ich hab jetzt wir brauchen dann noch ein paar charts ja kein problem hier unten ist immer noch einer ich hätte jetzt gesagt wir nehmen hier lernen die regeln die hauptmission ist eine hauptmission kurz und schmerzlos naja dann wissen wir ja wofür diese roten dinger sind ja ist ja kein problem ich glaube schon das gehen wir hin ich werde jetzt auch so langsam mit der steuerung hier warm nicht vorbei rennen die eine datensammlung nach der anderen ja die brauchen wir alle warte mal die kriegen wir auch noch irgendwo daneben daneben gehüpft aber jetzt haben wir sind wir gleich da wie gleich da sind noch 1200 meter ach du scheiße ich gehe hier an die an der promenade entlang ok jetzt aber und turbo und drüber gesprungen echt ja so hier ist noch eine datensammlung super und nochmal hier oben auch hier sind ganz viele in dem kleinen nest hier noch mal fast fast das fällt den simulationen überhaupt nicht auf dass hier welche rum springen das ist total unauffällig was wir hier machen ich bin schon da hatte dann kannst du schon anschalten dass sie so schlimm naja alles gut ich bin auch dieser gegner support da bad ass niggas so wie können wir die dinge hier ausschalten du machst das schon ja ja ich mache es aus ok hier ist doch immer noch ein gegner wo wir schon mal zum nächsten der nächste auch da ok irgendwie habe ich gerade ganz dolle schaden genommen aber woher ach das ist der blaue balken mussten hier ein blauer am weißen über der waffe ok das ist der lebensbalken alles klar boah headshot alle tot oder was joo wir haben es aha nee das stimmt oh 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 ein dicker gegner ich kann ihn absorben wie denn wenn er um liegt wahrscheinlich boah ich absorbe ihn los jetzt ich bin in ihm drin hast du ihn joo ja wow ha 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 blast freigeschaltet und jetzt trainings jetzt lernen wir blast oder was oh wüsste dich mit eisblast aus f1 eisblast wählen jo haben wir ja cool oh cool das macht ja spaß okay das muss dann auch immer aufladen auf jeden fall im bar ja okay okay oh 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 wo bin ich ah da bin ich was will er denn wo ist er hin wo ist er hin wo ist er hin geplatzt ist er ja okay ja okay ja okay 5 5 so blast neue elemente ach so feuer gedankenkontrolle explosion und bling aha und upgrades aufladen lädt schneller auf und erhöht den wirkungsbereich okay okay ich würde jetzt aber erstmal meinen ich will noch den sprung ein bisschen super sprung gleite über die stadt nehm ich mit hä wie gleite über die stadt na äh super sprung sprung gleiten begibt sich die lüfte und gleite über die stadt nur zu umschalten nach einem luftsprung um zu gleiten hä hab ich als update pass auf warte ich probiere mal aus und zwar okay jetzt frei ich kann yeah ich kann nach unten gleiten aber wo konntest du das denn aktualisieren na beim luftsprung hm ich habe als kräfte moment beim supersprung habe ich derzeit sich aktiv ninja reflexe sprung gleiten habe ich gar nicht sprung höhe und sprung luft sturm ich habe aber gar kein sprung gleiten da musste wahrscheinlich irgendwas anders erst aktivieren sprung höhe oder sprung luft sturm vielleicht bestehe herausforderungen die ist auch egal naja so was haben wir hier noch hier ist noch ein upgrade kampf achso nahkampf super stärker erhöht die stärke deiner schläge leicht aus dem kannst du heute weiter werfen brauche ich eigentlich nicht das haben wir noch viel fähigkeiten da kann man nix gesundheit die aufgenommenen perlen machen wir noch ach okay boi wollen wir ein päuschen machen ich denke schon ist das ja nie warte mal wie kommen wir denn da ran wo hier guck mal und das ding ich glaube also auf jeden fall nicht mit blast nee war das nicht mit blast hat es nicht geklappt nee leider nicht dann gibt es bestimmt noch eine andere sache dann na gut gut dann machen wir hier an der stelle folgenpäuschen und dann sehen wir uns in der nächsten folge also eigentlich morgen genau okay bis dahin bis dahin firefox das weg nee er ist in der wand das ist nicht in der wand der ist oben okay tschüss